Jetzt zeige ich dir, wie du Grafiken animieren kannst. Dazu gehst du auf Animation und klicke ich da die erste Grafik an und sage, die soll erscheinen. Wenn ich die nächste Grafik nehme und auch wieder auf erscheinen gehe, dann da die 2, die erste Grafik, die zweite, die dritte erscheinen, klicke die nächste an, erscheinen und die letzte auch noch mit erscheinen. Wenn ich jetzt in die Präsentation gehe, dann erscheint bei jedem Klick eine neue Grafik.